Herzlich Willkommen zu einer weiteren Portal-Folge. Wir spielen... Wo steht's denn? Da steht's. Fireworks. Bin mal gespannt. Der Name ist ja sehr verheißungsvoll. Okay. Alter. Okay, ich dachte schon, hier wäre jetzt eine Sprungplatte und ich hätte keine Chance, die zu umgehen. Alter Schwede. Das sieht schon mal... ...interessant aus. Na gut. Gitter. Das ist ein Gitter? Ein Gitter. Ich kann also da rein. Breue ich das, wenn ich da reingehe? Ich weiß es nicht. Ähm. Mal gucken. Äh. Hm. Naja, ich trau mich nicht. Geh mal lieber erstmal hier gucken. Ach, ich kann doch sogar hier runterspringen. Äh. Fuck. Ja, gut, dass man hier gar nichts sieht. Okay, ich komme also wieder raus. Ja, da darf man aber nicht reinfallen, wenn man... ...kein Portal oben gesetzt hat. Alter Schwede. Ich wollte eigentlich nur gucken... Ach, da ist ein Aufzug oder so, der hier mit irgendwas... ...dach mit dem Knopf da wahrscheinlich aktiviert wird. Oh, der Aufzug bringt mal in den Kubus. Da habe ich gerade gar nicht gesehen, wie ich da unten war. Okay. Gibt es hier noch irgendwas? Hier geht es wieder runter. Da hinten ist der Ausgang. Der irgendwie gar nicht versperrt aussieht. Habe ich hier eine Joke-Map erwischt? Kann das sein? Habe ich jetzt irgendwie so ein bisschen den Eindruck, wenn... Ne, ist doch nicht... Das geht doch nicht auf. Ich dachte schon, der geht jetzt einfach so auf. Dann wäre das eine pure Joke-Map hier. Ja, ich bin mal gespannt, was jetzt passiert, wenn ich den Kubus da vorne reinlege. Ich gehe mal davon aus, dass irgendwas mit den ganzen Tots da passiert. Das ist bestimmt einfach nur irgendein... Joke. Alles klar. Deswegen Fireworks. Und jetzt ist die Tür auf. Okay. Es war dann also wirklich nur eine Joke-Map. Was sind da drüber noch? Ach so, da ist nur das Fenster. Na, ich schaue mal. Hoffentlich kommt hier jetzt noch irgendwas. Sonst war das ein extrem kurzer Park. Ähm. Ja. Alles klar. Na gut. Ha. Naja, muss auch mal sein. Ist in Ordnung. Wir sehen uns im nächsten Park. Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Vielen Dank.